Der Deutschland-Achte auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London. Rudern bedeutet für mich Spaß zu haben. Und sich mit Freunden zu treffen und dann eben zu rudern. Für mich ist der Spaßfaktor, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das nicht habe, weiß ich nicht, ob ich diesen ganzen Aufwand machen würde. Solange ich Spaß habe, werde ich auch noch rudern. Rudern bedeutet für mich viel Arbeit und viel Spaß. Rudern bedeutet für mich das komplette Leben zur Zeit. Also es ist für mich einfach der komplette Tagesablauf. Mein Leben wird zur Zeit vom Rudersport bestimmt. Und es bringt mir trotzdem aber immer sehr viel Spaß. Mannschaftssport, Natursport, bei dem es einen sehr hohen Trainingsaufwand gibt, um erfolgreich zu sein. Ja, man kommt sehr gut rum. Also wir waren letztes Jahr in Neuseeland zum Beispiel. Also da kommt man ja auch nicht immer, also im Leben eigentlich nie hin. Und ja, dann lernt man viele Leute kennen. Einen sehr großen Zeitaufwand, verbunden mit sehr viel Spaß. Selbstbewusstsein, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und wissen, wie man zu einem Erfolg einfach kommt. Lebensgefühl. Viel, viel Arbeit. Der Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London. Die Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Vielen Dank.